Hey Freunde, willkommen zurück zu Diablo 4 und heute möchte ich euch einmal komplett dem Battle Pass erklären, wie er funktioniert, was ihr davon habt und alles was ihr darüber wissen müsst. Nehmt es mir nicht übel Leute, ich muss nochmal klein bisschen Werbung einblenden, denn ich muss mir bald eine neue Karre kaufen, also schaut gerne mal hier vorbei, könnt ihr Gold und Gegenstände kaufen, naja, den Gold könnt ihr auch noch benutzen und so viel dazu. Aber jetzt geht es richtig los Freunde, was ist der Battle Pass eigentlich in Season 1 und wie überhaupt funktioniert das Ganze. Wenn wir hier in Optionenmenü gehen, gibt es einen neuen Reiter, saisonal heißt der und dort können wir eben den Battle Pass aktivieren. Für jeder der schon Premium, also Deluxe oder Ultimate Edition hat, der kann hier den Battle Pass jetzt aktivieren, muss aber nicht. Ihr könnt euch diese Season Pass quasi auch aufheben für die nächste Season, falls euch Season 1 nicht unbedingt gefällt, müsst ihr nicht unbedingt euren Pass dafür verwenden, um den in Season 1 zu aktivieren. Wenn ihr es gemacht habt, habt ihr den Battle Pass quasi aktiviert und dann könnt ihr euch hier Belohnungen einsacken für verschiedene Ziele, die ihr erreichen müsst. Die seht ihr hier in den Etappenzielen und hier haben wir zum Beispiel in der ersten Etappe verschiedene Dinge, die wir machen müssen, um eben diese Belohnungen der Etappe zu erhalten. Ganz wichtig, dass der Battle Pass natürlich nur für diese eine Season gilt, also nächste Season müsste man den wieder erneut kaufen oder eben ihr löst euren Season Pass erst nächste Saison ein. Das geht nämlich auch. Ihr müsst ihn jetzt nicht unbedingt für Saison 1 verschwenden, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Sekret oder Dämonenherzen suchen wollt. Auf jeden Fall können wir hier in den Etappen sehen, wo wir was machen müssen, um eben diese Belohnungen hier freizuschalten. Da gibt es unterschiedliche Ziele und wenn wir diese Dinge freischalten, bekommen wir hier unterhalb verschiedene Gegenstände. Ja, der Battle Pass ist in dem Sinne eigentlich nur ein Kosmetikspielzeug und bringt euch wirklich gar nicht so viel. Das Einzige, was wirklich was bringt, ist hier die schwellende Asche, die ihr ab Stufe 40 erhalten könnt. Und damit könnt ihr nämlich den saisonalen Segen nach oben treiben. Heißt, ihr kriegt dann mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr Gegner killt. Ist aber auch eigentlich nicht unbedingt nötig. Wenn ihr jetzt eure Stufe direkt auf Stufe 2 erhöhen wollt, dann kostet das entsprechend Platin. Und hier ist nochmal der saisonale Segen. Also wenn ihr hier eins draufpackt, bekommt ihr dann entsprechend eben 3% schnellere Stufe oder 5% oder 10%. Je nachdem, also Erfahrungspunkte könnt ihr damit hochschrauben mit der schwellenden Asche. Die gibt es allerdings erst ab Stufe 40. Es ist also alles nur eine Kosmetik. Würde euch jetzt empfehlen, nicht unbedingt dafür richtig ordentlich Kohle rauszuhauen. Wer es eh schon dabei hat in seiner Deluxe oder Ultimate Edition ist okay. Und der kann natürlich hier das benutzen, um seinen Charakter schneller aufzuleveln oder den noch ein bisschen schicker zu gestalten. Ja, auf jeden Fall können wir hier mit dem Battle Pass dann verschiedene Aufgaben erledigen, um eben diese Belohnungen für den Charakter zu erhalten. Da gibt es verschiedene Aspekte, aber auch eben viele kosmetische Dinge, die wir mit dem Battle Pass machen können. Und deswegen wollte ich euch das hier unbedingt einmal zeigen. Hier gibt es dann sowas wie, schließt einen Keller ab oder schließt einen Dungeon ab oder verwertet 10 Gegenstände beim Schmied und so weiter. Und das Ganze können wir natürlich hier in der offenen Welt von Diablo machen und uns hier unterschiedlich hervorbringen, um eben diese Erfolge zu erhalten. Wenn wir einen Keller machen, gehen wir natürlich dahin, wo vielleicht eh schon gerade ein Ereignis drin ist. So können wir dann nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und den Keller erledigen für unsere Battle Quest Aufgabe oder aber auch eben für die Aufgabe, die sowieso in dem Keller ansteht. Ja, wenn wir das dann erledigt haben, einen gewissen Erfolg aus dem Battle Pass erledigt haben, kommt hier links so ein kleiner Banner, der euch sagt, dass ihr ein Etappenziel aus der Etappe 1 fertig gemacht habt. Das heißt, es gibt verschiedene Aufgaben, Etappenziele, um diese ganzen Belohnungen dann zu erhalten. Insgesamt braucht man sieben von neun Aufgaben, die man erledigen muss, um diese Etappe eben zu bekommen. Das sind manchmal ganz kleine Sachen, ganz banale Sachen, wie ich gerade hier am Anfang. Kauft mal einen Schlüssel beim Kuriositätenhändler, kauft da mal einen flüsternden Schlüssel und ihr seht dann schon, geht hier links Etappenziel auf. Also manchmal ganz easy Dinge, die wir eben machen können, um hier diese verschiedenen Aufgaben eben abzuschließen. Ja, und da geht es wirklich darum, diese Aufgaben vorläufig oder bevorzugt zu erfüllen, um eben diese Etappenbelohnungen zu erhalten, um euren Charakter ein bisschen besser zu pushen oder auch ein kosmetisches Outfit zu verleihen. Ja, habt ihr die erste Etappe geschafft, dann erscheint das natürlich hier auch wieder links an der Seite. Ihr könnt dann somit in Etappe 2 wechseln oder beziehungsweise wechselt automatisch in Etappe 2 und könnt dann dort wiederum alle Dinge von Etappe 2 fertig machen. Ganz wichtig, dass ihr noch eure Belohnung hier einfordert, sobald ihr die Etappe 1 fertig gemacht habt. Da bekommt ihr dann nämlich die ganzen Aspekte, bekommt die Truhe und eben noch verschiedene andere Dinge, die ihr dann eben einfordern könnt, um eure Charakter schneller aufzustufen oder eben auch schicker aussehen zu lassen. Dann wird Etappe 2 freigeschaltet, wo dann wiederum neue Gegenstände auf euch warten und so geht das dann immer weiter bis ganz zum Schluss, bis wir dann die einzelnen Stufen freigeschaltet haben. Ihr könnt das Ganze natürlich auch überspringen, indem ihr quasi Platin investiert, um die Stufen einfach hochzusetzen. Wir können jetzt hier schon Stufe 4 kaufen, aber das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Hier am Anfang könnt ihr jetzt die Sachen einfordern, Etappe 2 haben wir also schon geschafft, beziehungsweise 1 haben wir geschafft. Wir sind jetzt Etappe 3 und können die Sachen dann hier eben einfordern. Wie ihr seht, sind das aber alles nur kosmetische Sachen und es bringt nicht wirklich viel. Wenn wir jetzt unsere 200 Platin einsetzen, um hier irgendwie was zu kaufen, dann ist das wirklich auch nur kosmetisch und nichts Besonderes. Ja, das können wir natürlich machen, gehen einmal hier rein, gehen hier Stufe 4 kaufen, können dann unsere 200 Platin ausgeben, um den Stufe 4 Pass zu kaufen. Das bringt aber wirklich nicht viel. Ich mache es hier jetzt einfach mal für euch, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Und dann klickt ihr einmal hier drauf und habt dann unten jetzt eben so ein Schild, was ihr dafür bekommen könnt. Also wirklich nichts Tolles. Ja Freunde, und das war es eigentlich auch schon vielen für dieses Video. So funktioniert der Battle Pass. Es ist wirklich nur eine kosmetische Sache. Es ist nichts Besonderes, wo ihr jetzt mega abgehen könnt mit eurem Charakter. Ihr könnt euch da natürlich ein bisschen schneller leveln, seht vielleicht ein bisschen cooler aus. Aber sonst bringt der Battle Pass eigentlich auch wirklich nicht viel. Ist ähnlich, wie man es aus anderen Spielen wie Fortnite oder ähnlichem kennt. Und genau so funktioniert das. Ja Freunde, wenn ich euch mit dem Video ein bisschen helfen konnte, lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich riesig freuen. Und ich sage bis dann. Macht's gut. Adios. Und ciao, ciao.